Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Heute habe ich mit zwei Freunden zusammen einen Ausdruck gemacht nach Safita. Wieder mal mit einem kleinen Minibus, mit einem Mikrofon. Das Witzige war, wir saßen diesmal mit 16 Leuten in so einem kleinen Bus, war relativ eng und lustig. Natürlich haben wir wieder tolles Wetter. Jetzt sind wir gerade hier in Safita in der Stadt unterwegs. Im Hintergrund seht ihr hier schon ungefähr, auf welcher Höhe wir hier wieder sind in den Bergen. Und jetzt wollen wir einmal hoch zum alten Tower auf Safita. Den seht ihr hier im Hintergrund. Und da marschieren wir jetzt hin, um einmal den Rundumblick zu genießen. Ich hoffe mal, dass er offen hat und dass wir dann einmal alles besichtigen können. Und wenn ich oben bin, mache ich natürlich wieder ein neues Video. Und bis dahin sage ich euch schon mal liebe Grüße und bis später. Ciao.